Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Leib. Der Gipfel des Berges dunkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt dort oben wunderbar. Ihr goldes Geschmeide blitzet, sie kennt ihr goldenes Haar. Sie kennt es mit goldenen Kammer und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Der Gipfel des Berges 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 Untertitelung des ZDF, 2020